moin moin meine freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde von let's play rocket league ja mal because gaming is fun und zum ersten mal zu dritt christoph bärt krieg und mich hallo christoph und natürlich auch hallo krigi hallo ihr zwei und hallo liebe zuschauer da findet der beitritt schon statt meine güte ja christoph oder sascha ich bin auf jeden fall der ganz vorne ist glaube ich dass das erste mal dass wir überhaupt zu dritt spielen und gewinnt aber hallo ja wenn er wichtig was ich da in der mitte kriegt gott sei dank einer sollte jetzt auf jeden fall immer hinten bleiben würde ich behaupten ja jetzt sagen wir machen einfach mal last man nicht weil ich genau fliegen der torwart richtig o christoph ja ist christoph gut gerettet also ich nehme mal wieder auf sehr schön klopfen wir nach vorne nach der nase kann mich wo er kann es aber nicht gut leute ich wollte gleich rein machen aber geort ging ja auch fast auf deren tor fast wenn sascha christoph 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 ich bin hinten ich bin hinten alle der war nicht so geil getroffen nice schön schön christoph ja fack kommt er bald ich habe keinen boost ich kann gerade nicht wirklich helfen alles gut ich hatte ihn ja ja ich gehe weg nach vorne ich bleibe hinten komm christoph so wie eben auch bei unseren anderen sieben toren du diesmal ist ein verteidiger mehr da ne das ist ja öl oh shit na wohl der ist ganz gut ja christoph und christi haben gerade schon eine aufwärmrunde gespielt ich hatte eben gerade ein paar verbindungsprobleme ja sieben sechs aber im doppel schön sascha schön warte dann gehe ich hin dann ja ok alles klar ich bin in der mitte für dich ja ja schwierig ok äh ich lag gerade richtig das ist nicht so gut ich bin mit einmal wieder zurückgesetzt worden und habe mich voll erschrocken ich dachte er ist nicht mehr gerammt worden aber bei mir war weit und breit niemand in der nähe aber es geht jetzt wieder sehr gut ok ich gehe mit nach vorne das war ein verteidigungsfehler der ersten klasse von denen aber ich glaube ich habe ihn auch noch weg gerammt ich habe es nicht voll ideal gegen den ball gehauen meiner meiner nein du bist hinten in der mitte deiner auf gar keinen fall ok warte mal ist jemand ne ne oh shit geht weiter vorbei oh shit geht weiter vorbei oh oh den kriege ich nicht oh der geht auch nicht ok ich bin hinten ich bin hinten ich bin hinten ja ich gehe nach vorne ok ist das auch ach fuck ich komme nach hinten ok der kommt nach hinten durch den clash sehr gut ich bin im tor ok ich gehe nach vorne oh was eine absprache hier ey dafür dass es unser erstes 3er match ist das geht doch klar nein ah da kam ich nicht ran ich sehe es kommen das war das absolute chaos wenn wir mal wieder zu zweit spielen sollten weil wir dann voll auf 3 eingestellt sind äh ich bin grad nicht im tor oh oh uuuuh alter sag schon nach vorne nach vorne nach vorne nach vorne äh ich habe keinen boost warte den bringe ich trotzdem noch ein bisschen pass auf lass mich sammel boost lass mich nix da ok oh fuck ok hätte ich vielleicht doch machen sollen aber ich habe vollen boost jetzt sorry hab ich dich angeschlupst oh oh das wird nein du komm nein mach ich nein du mach Christoph oh nice schönes Ding hier zwei da habe ich sie auch von hinten angerast ey ja ich ging da auch nochmal auf boost aber sehr schön 2-0 noch eine Minute eins äh meiner ich steck schwer ich steck schwer ja ich gehe mit dir nach vorne Christoph alles klar ne 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 what the fuck oh oh sorry hab ich hab ich hab ich alles gut gekommen fuck voll dran vorbeigesprungen woher ja und das ist auch noch NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII kliessi ja kliessi Ja, 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 ja. Was macht ihr da? Ich nehm Krisch, ich hab den Boost weg. Nein! Oh, Christoph! Ich bin hinten, ich bin hinten. Alle hin zum Walder. Ich hab den weggehauen, Christoph hat den gerüttel und bekommt die Punkte. Okay, ich bin hinten, hier zwei vorne. Ja, das ist leider nicht ganz so einfach. Ey, der war frech. Aber egal, das Ding ist von so gut wie gewonnen. Die letzten zehn Sekunden schon, Alter. Ja, das ist rasend schnell, Mensch. Ja, nice. So, nochmal weg das Ding. Erstes Ranking-Match, erstmal gewonnen. Dreifachbedrohung und None. Super Sieb. Breakout-Schäbe. Ah, gleich MVP hier. Weißt du, die Gruppenleiter hat das Spiel verlassen. Ja, es gibt ja keinen Rematch mehr. So, das war das erste Match und jetzt folgt natürlich noch Nummer zwei. Natürlich. Dann krieg ich ihn da mal suchen würde. Nein, Quatsch. Er sucht doch schon. Du bist ja von mir. Stufe 15 hab ich mittlerweile erreicht, Semiprofen noch immer. Veracht. 13. Okay, gegen Vetrip, Killingfish und Devry. Meinerlich, ich bin hinten im Tor. Ich seh mich gar nicht. Ah, jawohl, Christoph und Glück. Ich bin im Tor. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Oh shit. Okay. Ja, nicht fast gut. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Boah. Boah, Alter. Boah, Alter. Neu. Ach, der Fässer kommt vorbei. Sascha-Christoph, komm, Sascha-Christoph. Go. Der kommt in die Mitte. Der kommt richtig gut in die Mitte. Christoph, komm. Nice. Richtig, richtig schön. Oh Gott. Huiuiui. Das war ein knappes Ding, ey. Ja. Die spielen nicht gut zusammen, also die spielen Nubig. Richtig. Äh, ich bin an der Seite. Ich bin an der Seite. Sascha, mach du. Jo, Mario. Christoph? Ja, nice. Ihr zwei wieder? Oh, sorry, Christoph. Ich hab keinen Boost. Nein. Oh, Christoph springt dran vorbei. Ich hab absolut keinen Boost. LOL. Da rammt er mich beiseite. Ja, ich komm so langsam. Boah, kacke. LOL, da haben die sich gegenseitig aufgehalten. Das wäre sonst ein sicheres Tor gewesen. Oh, ja. LOL. Oh, oh. Der kommt richtig gefährlich. Nice, Crashy. Danke. Oh, ich hab schon wieder geblieben. Ja, kommt ein guter. Ich bin im Tor. Nein. Oh, shit. Ball. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich lege auf dem Boden. Ach, nein. Alles gut, alles gut. Gott sei Dank, ey. Da hätte ich nichts machen können. Nein. Alle fliegen wie am Ball vorbei. So, nochmal zurück in die Ecke da. In die Ecke mit dir. Wo du hingehörst. Oh, der kommt in die Mitte. Aber da stand noch ein bisschen schade. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What the fuck. Fucking hell. Den hab ich nicht gekriegt, ey. Der war zu gut. Der ist nochmal aufgeprallt. Und zwar richtig übel. Alter, wo bin ich denn hingefrogen, ey. Du hast eben in die Seite geknallt, ne? Meiner? Ja, und ich geh auch mit nach vorne. Okay. Bleib hinten. Boah, bei mir rückt es gerade. Okay, jetzt geht's. Der Ball ist vorne. Also ist im Moment nicht so schlimm. Da kommt der in die Mitte. Ja, 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 ja. Mach gut in die Mitte. Jawoll. Alles Klärchen. Ich hab schon überlegt, ob ich alle nach vorne sprinten soll, aber... Nee, 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 du. 2,1 auf 3,17. Ich geh mit zum Ball. Ich bin rechts vorne. Christoph ist ganz hinten. Ich bin hinten. Ich bleib so ein bisschen halb hinten. Den zurück. Oh, fuck. Weiner bekommt. Wiege gerade schlecht durch die Gegend. Oh shit. Okay, Christoph, für dich. Oh, Vorsicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, Christoph, nicht durch die Kicken. Sorry, sorry, sorry. War auch nicht die Absicht, ey. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Oh, okay. Sascha, go, 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 go. Nein! Ich springe am Ball vorbei. Das war leicht nur mich, geb ich gerne zu. Äh, ja. Einer von euch, ich bin hinten. Ja, warte. Äh, ja, wo bist du denn hinten? Nein! Nein! Christoph! Ich wollt ihn wegmachen! Ich wollt ihn wegmachen! Und dabei hast du mich angespielt. Ja, aber kurz. Wollt ihn gerade so weghauen. Gut, gut. Hast reines Eigentor. Oh, scheiße. Eure. Also, ich bin ganz sicher. Meiner, okay. Deiner war's, okay. Deiner war's, okay. Los. Okay, keiner trifft, ey. Oh, oh. Den hab ich nicht gut getroffen, gerade. Den krieg ich aber. Okay. Hui! Aber knapp ich. Okay, ich bin im Tor. Ich bin im Tor, die zwei nach vorne. Alles klar. Komm! Christoph! 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 Nein! Hui! Wo schießt du den denn, Alter? Ja! Der bin irgendein. Ich, 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 Sascha! Nein, nein, nein. Alles cool, alles cool. Fast alles cool. Sorry. Oh, shit. Hätte ich voll zum klären gehabt und du hast mir den fast ins eigene Tor rein hier. Alles gut, alles cool. Oh, Christoph geht mit nach vorne. Nein! Dann bleib ich mal hinten. Hm? Bin der dich ja fast vorgekriegt, aber leider nur fast. Besser? Ja. Oh, oh. Oh! Schweiger! Okay. Der kommt. LOL LOL! Nein, Gott er nicht. Den hat er im Sprung abgeblockt. Er war frech. Da war ich Gott sei Dank dran. Ich stehe im Tor. Oh, shit. Ja, Moment. Ich fahr grad an der Seite links. Dein Sascha. Jetzt... Da ist ihr zwei. Ja, neines! Juhu! 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 Oh! Das war der aufmerksame Klaps auf dem Hintern. Kennst du den nicht aus dem Fußball? Ja, ich... Oh, oh. Krieg ich? Glaube ich. Äh... Schön. Ich bin hinten. Geht sie in die Mitte? Nice! Nice! Ja, schreit er, der kommt ein bisschen zu schnell Ein zerstört? Oh, verdammt Den hätte ich selbst dann nicht gehabt, glaube ich Der war nicht so hoch Erstmal noch ein zerstört, gab es Der hätte man haben können Aber es ist schwierig gewesen Kein Vorwurf, ich gehe mit Finn und Christoph Nee, ich bin links an der Seite Was sagt er mir, ey, viel zu spät Mapvision, Junge! Ja, ich sehe euch doch, nicht Da musst du gucken Nice! Sascha, Sascha, Sascha! Boots! Huiuiui Da war aber auch GG, kommt doch gleich Ja, gut Alter, aber auch fast der ganze Boost weg dann Vier, drei, noch 16 Sekunden Ja Ich gehe auf jeden Fall Und ich gucke auch Ich auch, ich auch Christoph bleibt hinten, Christoph bleibt hinten Alter, wie? What the fuck? Nice Ey, nicht mich verkicken, Junge Pfff Oh, shit Nein, Sascha, 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 Sascha Oh, 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 Gott sei Dank, Alter Aber den hätte ich auch gehabt Flammenwerfer pink, nee, nee, das war so Ja, easy Das ist echt ein geiles Standbild, sag ich mal so Alter, der war knappig, ey Der war richtig knapp, ey Ich wollte den gerade holen, der hat den jemand Zuvor bekommen Ja, na gut, Leute, das war auch schon unsere erste Dreierrunde Ich danke vielmals zu, äh, ja, genau Ich danke vielmals zu gucken Ich danke vielmals zu gucken Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal zu Rocket League wieder einschalten würdet Haut rein, bis die Tage, ciao Tschau Tschau